ja und wie ich das letzte mal sagte leute diesmal ist es nicht bewölkt ja es war aber als ich man sieht sogar noch sternchen ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt das letzte mal war es aber als ich ja dann also gerade in diesen neuen tag reingestartet hatte wie der atmet der ist immer noch recht voll im hintern darf man hintern sagen ja hintern ist okay aber man sagt nicht ich bin voll im hinteren das ist halt an sich einfach schon falsch aber ist okay auf youtube rede ich gerne falsch okay was machen wir wir wollten ich habe übrigens auf da die damen ich habe übrigens bei aura gesagt ich weiß woran das problem lag aus nach voll früh morgen schaut mal den sonnenaufgang wo an das problem lag ihr wisst was ich meine ich muss leiser machen das ist das problem glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich will da lang gehen genau wir sind jetzt hier an der zweiten hütte gehen hier lang weil da kommen wir dann direkt darauf zu wenn ich jetzt hier lang gehen kann dann muss ich nämlich nicht durch die wildnis da oben laufen wandern weil da werden wir auf jeden fall diese eine pflanze ich glaube das ist auch so ein so ein falles ding werden wir da finden und ich sehe jetzt schon wenn wir das eingesammelt haben kommt die verdammte kreatur weil wir müssen ja eigentlich auch immer noch bei dem anderen dingen die haben wir auch noch nicht verdammt ich habe es nur versucht gehabt das let's play wird noch witzig oh shit kann ich jetzt hier überhaupt lang laufen ich sehe das hier nicht so richtig komme ich da runter ohne mich zu verletzen da ist das mikro damals muss es raus geflogen sein weil ich hatte nämlich vorhin als ich aufgenommen habe ich sehe überhaupt gar nichts hier gerade ich sehe nur büsche das ist doof hier doch das geht es geht 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 kommen wir lang müssen da irgendwo rein weil da stehen die dann ja was habe ich gesagt ja auch dass die ist das mit rausgeflogen und dann hat halt auch dass ich nicht mehr weiter aufgenommen sondern ist sozusagen wie eingefroren und das ist mir nämlich vorhin passiert als ich aura aufnehmen wollte da habe ich dann so mein kleines ich sehe nichts mein kleines büchlein und das mit mir gesteckt ja zur abschirmung von geräuschen und schon war nicht nur übersteuert sondern dann war es auch echt rausgeflogen müssen darauf achten können wir mal ganz kurz vielleicht mal hier markieren übrigens so weil dann können wir das hier mal ein markieren wo wir gerade sind also falls ihr jetzt gerade verstanden habt was ihr wollt äh was was wir was ihr wolltet was ich wollte dann dann ist ja gut genau ja wir haben ja die karte schon aufgelegt klar aufgedeckt aber es ist auch nicht mehr interessant zu sehen jetzt sind wir sind nämlich jetzt genau da wir schauen jetzt klar wir schauen zu der statu aber wenn wir jetzt in den wald reinschauen würden ist genau hier dieser ganze stuff ja dann ich glaube ich sehe es schon da lila genau direkt auf zwölf uhr wow ja ich sehe es voll lila und dann gelb ist so fett das ding wow aber ich habe Angst es zu nehmen wow das sind echt welche und dann müssen wir einen Moment ich habe Angst ich will es nicht nehmen ich weiß es dann irgendwas muss mir okay und dann müssen wir eigentlich uns auf den Weg wir könnten natürlich auch einfach hier lang wandern dann kommen wir halt zu der Hütte und dann gehen wir von der Hütte zu R1 ich irgendwie fühle ich mich sicherer an der Küste ich weiß gar nicht ob die Küste sicherer ist ich meine da ist halt sicherlich kein Labor das ist hoffentlich dann da weil R1 hört sich so an als wäre ein Labor da aber dann könnten wir halt hier hin und ich weiß nicht da unten ist wahrscheinlich nichts mehr aber die Frage ist auch ob ich an der Küste langlaufen kann weil wir sehen ja jetzt schon es ist ziemlich bergig hier überall oh Gott ich will es einfach nur nehmen und dann will ich will nicht ab dem Weg langlaufen ich will schon wieder das Spiel nicht so spielen wie das Spiel es will ich will nicht aber noch sehe ich Schmetterlinge ich höre Vögel boah ist das eine Riesenpflanze die habe ich noch nie gefunden gehabt Leute nicht im privaten Spielen niemals diesen Maiskolben Phallus das glaubst du selber nicht wow was für ein Ding also wortwörtlich nein und ich will es gerade gar nicht sehen das können wir alles danach lesen ich gehe jetzt wieder zurück zur Küste oh Gott ich habe Angst die Frage ist in diesem Speicherstand habe ich das Ding überhaupt schon ausgelöst ich glaube nicht ne weil ich will nicht fallen komme ich jetzt hier uh komme ich jetzt überhaupt lang uh ich sehe halt nichts ich komme hier gar nicht lang ich muss hier mich ich muss mich doch recht im Wald bewegen jetzt habe ich dieses dieses Maiskolben an wir haben in diesem Speicherstand das Ding eigentlich immer noch nicht ausgelöst weil wir hatten es ausgelöst ich war gestorben und hatte den Tag noch mal gestartet und bin dann nämlich nicht da oben hingegangen das heißt eigentlich ist es krass wir haben eigentlich ich darf es nicht zu laut sagen aber eigentlich aber ich meine jetzt haben wir es auf jeden Fall ausgelöst weil ich meine jetzt haben wir so ein Ding genommen hier scheiße ich komme hier nicht weiter doch komm ich äh hoffe ich doch geht ja wir haben jetzt eigentlich 10 Tage ohne Monster ich 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 keine Ahnung ich frage mich ob das schon mal jemand anders geschafft hat überhaupt ja und ich weiß es ist jetzt gerade verschreie weil es wird auf jeden Fall jetzt kommen keine Frage vielleicht nicht heute wenn wir Glück haben aber es wird da sein aber wenn man sich überlegt dass ich damals bei meinen privaten Spielen mit dem Spiel aufgehört hatte weil mich das Monster an einer Stelle so gelangweilt hat und es war Tag 11 ja und ich glaube ich war da noch nicht mal so weit wie jetzt beziehungsweise ja ich hatte schon so eine so eine Zutat halt wenn mein Herz drauf gehört nein ich habe Angst aber es trotzdem es war Tag 11 da sind die Pilze oder das sind diese Grauen die kenne ich schon wir müssen uns auch echt ein bisschen umschauen auch wenn wir Angst haben das sieht aus als nochmal so ein Maiskollen klar hier können natürlich auch andere Sachen sein die mich interessieren aber das irgendwie interessiert es mich jetzt gerade recht nicht ich will so nah wie möglich an der Küste hier einfach langlaufen ich weiß nicht Wasser auf der einen Seite ich fühle mich dann irgendwie sicher weil ich ja so gut schwimmen kann ne warte mal da ist der Kopf jetzt welcher Kopf ist das jetzt gerade ach das ist jetzt erst der und dann sind wir jetzt erst hier das ist schon noch mal andererseits auch nicht weil ich weiß ja dass es schnell geht da sind kleine Blümchen die sehen schön aus ja was wollte ich jetzt gerade sagen weil ich ja so toll ah da kann ich hinten nicht runter weil ich ja so gut schwimmen kann wie wir ja schon gemerkt haben oder haben wir das überhaupt schon gemerkt doch haben wir ja ja bei diesem Tag den ich nochmal neu gestartet habe da bin ich ja ertrunken auch oder fast ertrunken ich fühle mich aber hier gerade ganz gut das sind nur Blümchen ah das ist ein Eichhörnchen ich sehe ein Eichhörnchen also bin ich safe erstmal gleich gibt es hier irgendwo was wo ich nicht weiter laufen kann oder ich fall runter weil ich nur Büsche sehe und ich sehe wann ich stürze da kann ich laufen da laufen wir jetzt lang schau mal was da fassen wie ein bisschen langsamer bitte oh es wird zu dunkel mag ich nicht ich gehe jetzt 10.000 Pflanzen mal wieder aber ich meine das ist eine die wir auf jeden Fall brauchen das ist 100 pro irgendein Indigrant Zutat Heilmittel Zutat da ist er doch schon da sind wir doch bald da ach ne ich wollte ja gar nicht zu R1 ich wollte ja erstmal zu der Hütte die kommt müsste aber auch müssten wir eigentlich sehen obwohl die könnte höher liegen vielleicht sehen wir die gar nicht müssen wir mal drauf achten spätestens wenn hier so eine Insel auf der Seite kommt sind wir vorbei die ist da das heißt dann muss die Hütte hier oben irgendwo sein vielleicht sogar genau hier hier sind nochmal so Pilze die hatten wir schon doch das weiß ich noch das war die das war die Schwammpilzkopf-Folge okay ich gehe jetzt mal hier hoch weil ich dachte ich könnte mehr sehen das wäre jetzt witzig wenn die Hütte genau da stehen würde obwohl da könnte ich das überhaupt überlaufen aber hier ist sie gar nicht ne dann ist doch alles gut äh lass uns bitte wieder da runter gehen wo ich gerade herkam bin ich hier gerade drauf gelaufen ah ah bin ich hier gerade hoch oh da ist nochmal so eine Ollenstapel okay ich glaube hier kann ich runter ganz vorsichtig wo muss hier die Hütte sein doch ich glaube ich sehe sie schon da vorne ja ja du bist durstig oh jetzt ernsthaft so schlimm ich wollte gerade sagen wir werden sicherlich da gleich Wasser haben aber wenn es natürlich jetzt so schlimm ist dann hol dir halt was ein ja die Pilze hatten auf jeden Fall das weiß ich noch nicht ja Musik fängt an dankeschön wir sind da was ist das da ah so ein Häuscheid ich dachte das wäre irgendwie Schafswolle liegt da einfach mal so gut ah hier kann ich aber nicht untersuchen doch ich habe hier ein Labor siehste können wir machen wir haben auch einen Zettel cool freut mich weil das ist auf jeden Fall was Wichtiges oh man gepflückt sieht es gar nicht mehr so schön aus wie vorher okay ach so erstmal wollten wir es gleich sowieso lesen hier das ist ja die Titanplant also eine Titanenpflanze so sieht sie auch echt aus ja sieht auch echt genial aus aber es ist wirklich Amor for Phallus es ist eine Phalluswanz das war kein Spaß von mir weil ich kenne mich nämlich aus in Biologie ha ja genau okay ähm my conclusion if I combine this with an Oxidation Inhibitor plan during Synthesis I will be able to create Agent Z okay Oxidation Inhibitor haben wir glaube ich noch nicht Status hier steht jetzt was steht jetzt hier Agent Z da was ist das jetzt hier nicht jetzt hier komme ich genau da drauf okay was steht so komisch wir haben schon über Agent Z haben wir schon einiges ne obwohl die Isabella sagt mir nämlich glaube ich nur I understand we will still need to find a word to get to find ah ja genau die haben wir jetzt gefunden auch das Tegel da steht es nämlich die da und die da deal drauf so eine fleischfressende Pflanze sieht es aus ähm kann bleiben okay 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 die brauchen wir dazu aber wir haben ich das meiste über Agent Z es wäre schön wenn wir den schon mal herstellen würden da wäre auch ein Platz dann frei in unserem ähm genau ja ja dann wäre ein Platz frei in unserer hier da drüben da ist er Agent Y Agent Y ach das ist da ne ist es nicht da wo wir es versucht haben mitzunehmen Vega waren wir nicht da oder doch an dem See nee aber ich war eher hier hier irgendwo war ich hier ist der See und ich war hier irgendwo aha dann ist da noch was aber das ist doch das ist doch eine Hütte die da eingemarkiert ist aha das ist Agent X ja den habe ich versucht alles klar ja und der genau mhm 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 und jetzt haben wir schon einen Teil davon ich meine es ist ja gut aber es ist ja gut okay das war es auch ich dachte das wäre vielleicht noch irgendwas eigenes meines würde hier stehen okay ja alles klar ach da fehlt uns auch noch was ja gut dann füll doch erstmal das Wasser nach dann müssen wir die irgendwo ablegen weil die ist echt ganz wichtig haben wir noch einen Platz oder muss ich das wegschmeißen das war Heilung Heilung bessere Heilung das weiß ich nicht mehr das weiß ich auch nicht das war glaube ich das was wir eh schon haben egal dann schmeiße ich erstmal Heilung weg weil wir haben da noch eine Heilung liegen und die kriege ich mal rein so ähm und eine bessere Heilung haben wir noch äh Zettel erstmal ach und speichern vielleicht auch nicht schlecht so vielleicht steht hier ah da steht was über den Pilz aber den kennen wir doch schon Brain and Faces das haben wir doch oder haben wir die nicht sogar gemacht this procedure will yield a single dose of brain and Faces drug a single dose when injected into the bloodstream this drug would permanently improve the patient's acuity this allows the patient to sense an enemy's presence ja das haben wir and know if he is well hidden from it ja dann haben wir das genau gemacht und darum stehen auch hier die Pilze ist ganz süß ganz nett vom Spiel aber das haben wir schon da gibt die Messe haben wir auch genau süß dass hier die Pilze sind äh das heißt R1 müssen wir jetzt darüber weil da unten werden wir ja sicherlich nichts mehr finden schätze ich mal ich meine da steht jetzt auch nicht mehr auf der Karte ist alles drauf das heißt jetzt hier halt rüber rechts ist immer auch gut eine Richtungsanweisung aber halt darüber weil da unten halt da ist der Kopf oder ich kann gerade nicht laufen weil ich gegen Holzstamm laufen aber ich glaube da ist der Kopf da sind überall nur die Pilze vielleicht sind hier sogar noch die anderen Baumpilze dran würde irgendwie Sinn ergeben dass man das dass man das jetzt bekommt ja weil jetzt dann das auch braucht oh wieviel Pilze von den Dingern hier stehen aber gut die letzten haben wir ja auch nur zufällig gefunden weil wir da noch so ein bisschen in den Wald reingelaufen sind machen wir dann nicht kann man eigentlich schon wir gehen mal am Wasser weitermachen wir müssen auch ein bisschen laufen ich habe nicht gesagt es soll irgendwie laufen oder so sorry ich muss nur mal ganz kurz tut mir leid ist es nah am Wasser ja von da aus ja gut ich glaube wir kriegen eine Karte wahrscheinlich hoffe ich mal weil sonst müssen wir wieder zu komplett zurück ich denke wir kriegen hoffentlich eine Karte hier weiter hier ist ja auch noch einiges da ist eine Mauer Statuen sollte klappen hier kann ich schon über da werde ich nicht ersaufen denke ich da ist es schon R1 die Wiege sind schon schnell und da ist ein Kopf den wir glaube ich noch nicht kennen nein kennen wir nicht aber wir können doch das hier markieren und unsere andere Hütte die müssten wir doch eigentlich sehen können oder? sehen wir die echt nicht? war die nicht da? na gut wenn wir gleich eine Karte finden dann ist es mir eh wurscht na gut hier sehe ich gar nichts alles klar ich kann jetzt übrigens so steile Wege gehen ja ich drücke nämlich vorwärts und dann nur noch rückwärts bei dem Vorlaufen da sind auch Heilungskülze scheinbar die stehen hier gerade so da haben wir Pilze an den Bäumen die mir unbekannt oder das sind Heilungspilze das ist vielleicht doch was anderes und das hier sind weil die kenne ich nicht das ist bestimmt Heilung das ist ein fleischiges in der Schizophilm Genus es ist steamless and cream-colored its convex belly features deep-riched gills Convex Convex ist auch englisch oder mischt ihr hier teilweise Latein halt weil ich meine er nimmt ja auch die lateinischen Begriffe irgendwo weil Concave, Convex ist ja Latein das haben wir eigentlich nicht in der deutschen Sprache würde ich behaupten fände ich jetzt interessant wenn es in der englischen Sprache gegeben ist Convex und Concave ich wollte schon mal rein spitzeln habe ich aber irgendwie nicht geschafft 100 Pros ist Heilung was liegt da? achso nur ein Messer na dann hier kann ich sogar richtig machen und forschen und tun und Sachen machen oh und da hier oh da liegt die Fleischwischenfranze und die Eule was ist los? oh ich bin gespannt okay warte erstmal das hier ablegen äh äh das liegt jetzt wirklich da ja das kleine Ding da ja ist ok äh ist voll komplett ich weiß nicht mehr was diese anderen Dinger waren überhaupt ich weiß nicht mehr was diese anderen Dinger waren überhaupt ich kann mir das nochmal ganz kurz aus ich muss das nochmal ganz kurz abchecken ich habe jetzt auch keinen Bock danach zu suchen aber ich könnte es auch hier einfach abbrechen mit äh äh ich weiß nicht mehr äh oh ne so nicht so so klicken ach shit er kommt er macht es dann eh nicht er schlägt es eh nicht auf natürlich nicht weil ich das schon gemacht habe was ich habe das aber gar nicht angeklickt geh nochmal auf Research bitte so wo ist denn das bei Spike nein wahrscheinlich ist es jetzt ganz am Ende trotzdem ähm nee da ist es was das ist noch angeknockert Mental Clarity das ist glaube ich das zeigt dann wo ich bin und das habe ich ja eigentlich auch noch ähm eigentlich haben wir ja auch noch Basic eigentlich brauchen wir es nicht ich meine gut ich kann es mit mir rumtragen aber das nervt mich ja nicht auch jetzt lesen wir erstmal den Stuff hier das sieht irgendwie auch nicht ganz gesund aus da dieser Baupilz sind Baupilz überhaupt irgendwie weiß ich nicht so was mit der Eule document about oil status sehr interessant president ah president prescient also die die präsenten glaube ich oder so ne oles oder sowas oder präsent ich weiß es nicht up and following was up and following the direction of stone and oles gaze oles gaze sometimes several hundred feet or more one will encounter a cage of medicinal flora and fungus or fangy finnegan aha also so da wie die hinschauts ungefähr oder halt von der Statue weg halt aber wahrscheinlich wo sie hinschaut würde irgendwie Sinn ergeben und da war ja auch damals sie hat doch da hingeschaut waren da nicht die Pilze oder waren die in die andere Richtung ich weiß nicht aber stimmt schon also um den Eulen herum sind schon immer spannende Sachen okay cool weiß ich Bescheid sehr interessant wusste nicht was ist mit der Pflanze so was ist mit der Pflanze A study of neptesphiri picture plant this nepten nepen nepen nepenpesphiri as I have classified it is a unique variety of carnivores plant hab ich gesagt es ist neptesphiri schon gesagt Pflanze its coloration is totally unique showing deep reds blues and greens with a white spotting it is unusual large for its genus okay dann ist es genauso groß wie unseren Weißkolben da vielleicht a set of glands reside within its picture secreting an acidic enzyme damn it the envy ja das ist besser resides in well-shaded areas often sprouting next to logs and large rocks logs logs sind ja auch Holzstämme und so ne also eher so im Wald oder logs Holz large rocks all shaded okay im Schatten also nicht in der prallen Sonne nicht am Strand also nicht da wo ich mich dauernd aufhalte ich verstehe spiel ich verstehe was du mir damit sagen willst ich verstehe es also irgendwie hinter Baumstäben oder äh Schatten von Steinen wie spät haben wir eigentlich? vier viel können wir eigentlich nicht mehr machen äh so aber ich darf doch mal bitte jetzt hier mein Ding nochmal markieren ja ich weiß da bin ich achso ich schau grad da hin den kennen wir gar nicht den seh ich aber hier halli hallo muss ich mich bei der Eule nochmal umschauen da vorne? ne das war da waren vielleicht nur die Pilze da gemeint oder? war das jetzt ein Hinweis vom Spiel? schau dich da vielleicht nochmal um vielleicht ist da noch irgendwas anderes ach ich bin schon wieder durstig schön markier den mal bitte ein mhm ok ja dann trink was ja es ist in Ordnung du wirst nicht gleich sterben wir sind doch hier ach was ist denn los? soll mich da noch oder wird da vielleicht nur angezeigt dass da diese anderen Baumfilze noch waren? die war ja hier irgendwo gestanden an der Seite da sind die Pilze da sind die anderen ja da wird nichts anderes sein glaube ich nicht könnte ich überlege gerade ob ich weiterlaufe ich habe keine Karte gefunden das finde ich ein bisschen blöd vom Spiel ich will nicht zurücklaufen das auch Leute ich laufe jetzt einfach mal hier am Ozean noch ein bisschen lang wenn es dunkel wird muss ich einfach zurücklaufen aber vielleicht weil wir haben auf der Karte nicht so viel hier drauf vielleicht kommt hier auch direkt eine Hütte ich hoffe es zumindest jetzt renne ich übrigens mal da gibt es da auch noch einen Kopf aber den kann ich nicht ein doch den könnte ich noch ein zeichnen das ist ein Kopf das ist auf jeden Fall ein Kopf kann ich den bitte mal ganz kurz ein zeichnen aber das ist keiner den wir sehen oder den wir schon eingemackert haben weil so weit weg ist der nicht der ist ja direkt vor uns so und wir legen mehr Karte frei noch besser ja da ist der Kopf das heißt jetzt haben wir ihn schon drauf ja genau hier ist er werde es doch abholen so ist es gut dann könnten wir da noch ein bisschen mehr anmarkern und vielleicht auch echt noch eine Hütte jetzt hier finden was ist hier? was liegt da? was ist das? was ist das? da ist doch schon wieder irgendwas kenn ich das? sind das die? ah das sind nur die aber die kenn ich schon oder? die sind so schön ich glaub die kenn ich schon ähm ja es kommt nichts verdammt äh das war falsch jetzt schmeiß ich das Messer nicht jetzt schmeiß ich das Messer nicht ja jetzt hab ich das Messer schon ich wollte eigentlich nur das ablegen die kenn ich schon alle schließen Sachen sind gescheit da kann mir keiner was brauchen das ist basic medicine oder einfach gar nichts das ist ja das ist äh gar nichts das ist auch nichts ne auf der Insel da man sieht natürlich auch nichts wenn man nur hier außen lang läuft was ist das hier? sieht das nur so aus oder das sieht nur so aus? oh ist mal schön mit Depot habe ich noch gar nicht gesehen oh und hier ist ein kleiner Unterschlupf coolio hallo das ist meine habe ich selber gebaut ja ich leg da jetzt noch äh äh Pilze drüber und dann bin ich schlagklar startklar es wird dunkel ich muss zurück ich kann ja hier nur noch schlafen hier ist keine Hütte ich kann hier nochmal kurz hoch gucken wenn jetzt hier übrigens immer eine Hütte wäre ja alles ok vielleicht gehen wir nochmal kurz da runter gucken da ist auch noch ein Kopf aber den kann ich den kenne ich ja auch nicht den kann ich nur noch so runter sehe ich hier irgendwas? vielleicht nicht wie spät ist es? oh Gott ich muss zurück ich kann es nicht mehr ziehen sagte sie und läuft einfach weiter Hütte! Gib mir doch einfach eine Hütte! hier wird doch irgendwo das ist so ein schöner Platz hier wird doch irgendwo eine Hütte stehen da ist so nichts ich frage mich was passiert wenn ich jetzt einfach weiterlaufen sterbe ich muss nochmal anfangen ok das könnte ich euch ja auch ausschneiden da muss doch irgendwo eine Hütte sein was ist das? ok es wird recht dunkel ich muss die ganze Nacht wach bleiben ich sehe es schon kommen eigentlich wenn wir hier weiterlaufen würden wir kommen ja eigentlich beim Anfang wieder raus oder? wir sind doch jetzt da unten oh hier ist eine Laterne ja toll da kann ich abspeichern wenigstens etwas falls ich sterbe aber dazu bräuchte ich einen Holzlock was ich nicht habe kann ich die? die ist aber nicht auf meiner Karte drauf ne? die kenn ich nicht ne die kenn ich nicht und das da hinten kenn ich ja auch noch nicht oh shit da kann ich nicht drüber schwimmen ganz ehrlich ich drehe jetzt nicht mehr zurück oben ich bin jetzt so weit gelaufen ich laufe jetzt einfach weiter unsere tolle Pflanze hatte ich abgespeichert und abgelegt ne? die habe ich ausgetauscht gehabt mit dem anderen Ding ich hätte sie wieder auf diesem Testding liegen lassen habe oh Gott warte mal ich muss hier mal hoch oh Gott oh Gott anstrengend ah hoch das ist aber gar nichts halt gar nichts langsam weiß man gar nicht mehr ob ich auf dem richtigen Weg noch bin hier eins da kann ich runter wenn ich vorsichtig bin ja ich muss die Nacht draußen bleiben da ist ne Mauer ist das unsere Anfangsmauer? nein ähm ja aber das kann auch gar nicht sein wo haben wir angefangen? hier ich bin naja gut das war ja hier wir sind ja hier irgendwo gestartet und jetzt sind wir ja wer weiß wo vielleicht laufe ich hier gerade so rum nein ich laufe hier gerade irgendwo lang ich habe keine Ahnung wo ich bin naja ich muss hier nochmal hoch anstrengend 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 an der ist das du schaffst du schaffst du schaffst du schaffst du schaffst du da muss ja auch ne Hütte sein da muss ja auch ne Hütte sein wo ist ne Hütte? also hier sehe ich keine da muss ja da muss ja vorne am Ufer eine meinen Musik Hütte Musik bitte für die Nacht eine Hütte für mich ein Zelt irgendwas da nee wo das ist der Anfangsbereich aber hier ist doch keine Hütte aber hier ist doch keine Hütte das ist aber wirklich der Anfangsbereich war ich habe das Boot gesehen interessanterweise kennen wir aber nicht kommst du rum? wir kennen nicht die Mauer da wo wir gestartet sind dann gehen wir halt zu Draco und schlafen da weil jetzt sind wir echt einmal rumgelaufen sind also wirklich schön weitergelaufen ganz langsam ganz langsam da liegt unser Boot ich weiß nicht ob die Musik haben weil es jetzt unser Startbereich ist und wegen dem Boot oder ob hier wirklich ne Hütte ist und ich habe es jetzt nicht gesehen das wäre schade aber ich will mich jetzt hier einmal nicht sehr viel länger aufhalten sondern ich will nicht die ganzen Schlafen kommen ich komm ja mal so schon wieder runter dann da vielleicht ja komm langsam langsam ja hier kommen wir runter ganz langsam ja und so beginnt alles wieder hier sind wir wieder am Anfang jetzt hier kommt gleich der erste Tote ja ja passt passt ich bin nicht falsch äh ja gehst du bitte hier durch jetzt muss ich mich nur schnell beeilen damit wir nach Hause kommen beziehungsweise hier im Bett äh ja gehst du bitte hier durch ganz kurz ja was trinken könnte ich hier vielleicht auch aber ich wollte hier noch kurz schauen ob ich wirklich die Pflanze abgesichert habe ach ja Gott sei Dank äh wo ist das was ist das da eigentlich ok welche Petrischalen ein bisschen groß naja gut wir haben offenbar was erreicht wenn wir jetzt wieder am Anfang sind auch wenn wir leider die Karte nicht richtig und ihr habt ihn watched auch wenn wir die Karte jetzt da nicht aufliegen konnten was ich irgendwie schade fand warte mal wir gehen jetzt erstmal zum Bett und dann dann gehen wir nochmal gucken wir nochmal auf die Karte ach mach mich wir haben noch Zeit aber nicht mehr lange ja komm 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 alles ok naja du bist gleich kaputt ich weiß haben wir hier schon ein Bett ich glaube können wir gleich hier schlafen ja haben wir dann speichern hier schon mal jetzt einmal ab so schöne Musik haben wir hier kann man kaputt mit dem Punkt nehmen so jetzt überlege ich gerade weil jetzt sind wir ja genau wird ja uns angezeigt wir konnten das hier zwar alles nicht markieren diesen ganzen Bereich den wir jetzt hier lang gelaufen sind und so sind wir ja wieder zurückgekommen wir sind halt auch hier innen nicht lang gegangen die Frage ist kann man da irgendwas finden sicherlich wichtiges hoffe ich jetzt mal nicht weil das hätten sie uns vorher bestimmt gesagt die Frage ist wenn wir jetzt hier sind hier haben wir aber auch noch gar keine richtige Karte eigentlich ne hier hier andererseits uns wurde ja schon gesagt dass hier bei dieser Mauer und Tempel und so das war ja damals da da gibt es das andere Ding entweder versuche ich über die äh sagt es mir über diese Seerosenletter wirklich mal zu springen und hole da nochmal die andere Pflanze ihr könnt mir ja mal sagen was ihr davon haltet und versuche die andere Pflanze zu holen auf dem Weg andererseits ja ich schenke mir grad was zu trinken ein einen Moment vielleicht noch ganz kurz ist vielleicht besser andererseits geh nochmal ein bisschen zurück genau schau mal die Karte ja schaut mal die Karte baut sich hier oben auch noch auf das heißt die ist bestimmt auch noch hier oben sehr groß bis da ich meine da sind überall Dinger hier unten ist bestimmt die Karte zu Ende wir sind jetzt hier den ganzen Weg lang gegangen unten am Dings das heißt hier ist sie wirklich auch zu Ende auch wenn wir es nicht ausgemalt haben ausgemalt ihr wisst was ich meine das heißt ich wollte zwar gerade wie man gemerkt hat sagen nehmen wir hier noch die Pflanze mit auf dem Weg zum Weger das ist Weger ne andererseits ich glaube eher nicht ich glaube wir gehen jetzt hier wirklich mal den Weg nochmal ganz normal lang dann 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 kommen hier überall lang da waren wir ja auch noch nicht Weger da finden wir bestimmt neue Karte sonst würde hier der Weg nicht einfach so nirgendwo enden wahrscheinlich geht es hier nochmal runter irgendwo lang haben wir da da haben wir ja auch noch Köpfe hier haben wir einen Kopf gesehen hier muss von da aus noch der Kopf sein und da ist auch noch ein Kopf das heißt die Insel geht da auch noch länger wenn wir das Stück haben dann gehen wir hoch dann müssen wir auf jeden Fall auf dem Weg dann hier dieses Ding mitnehmen auf den Seerosen ja und dann geht es weiter was ist hier oben gewesen wissen wir noch nicht so richtig wurde uns da nicht auch schon irgendwas angegeben ich dachte ne aber haben wir keine Wege ja und hier sehen wir ja auch so viel das heißt hier ist auch noch das gibt alles hier noch so lang bestimmt ne das machen wir gut dann gehen wir das nächste Mal erstmal Richtung Weger würde ich sagen außer ihr sagt jetzt was anderes ich weiß gerade nicht ob ich jetzt direkt danach aufnehme ich denke nicht weil es dauert ja immer lange aus und fahrt das heißt ich lade euch das jetzt in der Nacht zu Sonntag hoch und dann sagt ihr mir Sonntag mal was ihr davon haltet von dem Plan genau vielleicht sogar diesen ersten Weg solange jetzt nichts irgendwas spezielles passiert zum Beispiel das Tier plötzlich vor mir steht das ist dann übrigens Tag 11 hey hey werde ich vielleicht steht es vor mir weil ich echt durch ein Swamp laufe weil es ist mir jetzt echt egal ansonsten werde ich das vielleicht sogar dann rausschneiden weil die Parts werden ja halt hier auch immer so groß und alles was wir schon gesehen haben brauchen wir ja nicht unbedingt ja aber dann halt gerade dieser Weg da den wir noch nicht kennen wir waren ja bei dieser einen Hütte da auch gestanden ich glaube als wir hier waren hatten wir die hier drüben gesehen oder ich weiß es nicht mehr oder dann die da drüben ich weiß nicht mehr was es war ne machen wir so oder ihr sagt mal was anderes ups sorry war ich und ich freue mich und dann motiviert ja dann sehen wir uns das nächste Mal wieder und wir sind weitergekommen es wir haben schon wenn alle agent zwei Sachen brauchen dann haben wir eins eins von sechs jetzt wow und wir wissen zweites wissen wir wo es liegt wow also haben wir noch ein bisschen was vor uns bis dahin ich freue mich tschüssikowski achso gute Nacht sage ich natürlich weil ich gehe jetzt hier warte schlafen du rein guck mal guck mal gar nicht guck mal guck mal guck mal guck mal